ich sehe ich mal wie hat von meiner perspektive aussieht mutierte war beschaffen wir haben euch gemacht deswegen also war mit der 500 kilo bombeer töten der erste gegner die ich sehe direkt wegbomben wird sorgos ist der mission beigetreten warum ich bin nicht so darauf achten ja schon den dritten links ich weiß nicht deswegen als die gleichen und sind zwei verschiedene aber nicht vermattet er uns hat nie als sind separate anscheinend wäre eigentlich nicht schlecht näher schon wieder abkauen ich habe ihn ausgeschmissen weil ich auch schon nachschub hier habe ich meine ganzen raketen oh mein gott mein gott der dinge doch vor stark trotz mein gott aus der luft geschossen ja lass sie da drinnen nicht schlimmer als wir können ja nicht sein da ist der letzte pilz ne doch ja wir machen einfach unser ding wir sind stumm geschaltet hat uns sowieso nicht der ausforderung angenommen die klappe immer wenn hat dir zum vorteil irgendwie hilft machst du das genau so hier ist man da sind irgendwie ich glaube sie sind ja da sind es nicht wirklich ein nest sind dir diese eier bei den eiern sind auch immer so ein nächster ich hoffe mein gott nein genau neben mir verstärken rufen der sagt ja macht ihr mal die eier kaputt also gesagt heute kommt dann ja noch naja ich meine der gegner weil die ganz schön an der gleiche stelle dann müsste ich dann müsste ich nein nein aber ja gerade geschraubt das war ja ja da ich aber einer von dem findet dann wiesens das ding hier kommt schon klar wenn man unser eigenes ding haben wir doch schon oder naja war nicht nur dann schon fertig wie sind wir denn so fährt ihr haben immer noch nicht die mission erlegt wenn es da sind die in der nähe oh gott meine rakete noch eingeschossen ich meine voll den rundgang gerade ja wir sollten keiner von denen war ja wenn du nicht gefunden sein wenn jetzt immer noch ja ich gehe zum nächsten dinge naja aber der macht so weiter denn denn selber wir machen hat schon ich bin mal ein markiert ich habe gerade voll schön ich bin schon voll lange nicht und nicht wir da geworfen aber es passiert nimm doch die scheiß spritze äh warte hier seid ihr alle so verteilt gegner zu dieser zeit diese zeit des jahres hier wo ich da wieder reintrete ich glaube ich habe den gefunden ich bin der orange ich sehe eins aber ich glaube wir sind hier weiß ich nicht ich weiß nicht sehe die nicht wenn ich hier im mac bin ich habe so jetzt muss ich mich beschützen zu den nächsten eiern bitte vielleicht müssen wir mit randoms spielen und hat farmen einfacher zu machen aus dem weg geht man aus dem weg mal mecker ist leicht leer man mecker ist leer irgendwie leute von euch in der nähe sicher aussteigen kann aber ich muss jetzt auch steigen leute wo seid ihr alle hier ist ein titel was ist tot direkt direkt ich bin nicht gestorben der titan nein ich habe keine vor heilung war der mit spritze gegeben danke kann man denn da rein ich versuche die ganze rennen zu kommen bei den eiern nein ich wollte und den grad werfen bei dem war ich habe den ich ich bin ja ich bin der gelbe auf der karte aber vor die clowns da ihren den nachschub platzieren durch den platzieren aber ich brauche spitzen sage ich brauche spitzen moni okay eine vorräte falls du brauchst dadurch also zunächst mal ja so ist ein bisschen einfacher mit mehreren leuten ich glaube da ich habe da ich konnte aber nicht rein also eine stufe ist da ein linker meine leckern schlägt schon wieder also habe ich da irgendwie rein kann und okay dann auch noch welche noch so noch also noch einmal nicht genug oder 60 erreichen die so macht man hat so von mir aus können wir schon abbauen das ist nicht unser problem oder ich wollte nicht aufhalten wenn die da rumlaufen wie gesagt ich will nicht aufhalten dass die versuchen ja deswegen sage ich versuchen ja nicht gesagt dass die lassen wir aber sie können es versuchen ich kann mit der auf einer knarre ich kann mit einer knarre auf die zählen wenn du wenn du versuchen willst zu rennen welche ich nicht davon abhalten ich werde aber trotzdem schießen ja nur noch zwei minuten um ab zu vielleicht sollten sie sich dann lieber vielleicht sollten sie sich dann lieber erst überlegen bevor sie sich einfach irgendwelchen random sie anschließen ouch so okay ich kann nicht damit interagieren warum nicht nach der stelle aber jetzt kann ich wieder auf der stelle gelaufen okay okay dass einer rausgeflogen aber das ist genau davor ja ich weiß stirb sommer oder schon tot da wäre schon tot ja ich sehe nicht wann die tote noch nicht okay okay mein gott linke hand wach auf hey was machst du denn da spielst du mit der tastatur oder was ich habe noch ich bleibe ja ganz sicher drin vorher noch abnüppel warum müssen auch wozu gekommen nein jetzt muss ich aus meinem mecker aus ich sterbe zu meinen proben einsammeln er macht das schon leute ob das sind sind eine probe das gar leute reibungslose evakuierung 54 48 alles klar da muss ich jetzt aber rauskicken hat mir schädel hat mir bei am flexen ich mache nichts jetzt von denen an präzision 22 auch hier da ist ein ja gerade das sport ist marco sie könnte ins zivile leben zurück wir haben immer noch nicht 100 warum warum nicht wir wollen noch sieben stück ach mir lieber krebs 2.100 über krebs über krebs über krebs sieben pro mama sieben liga eine probe doch weit wie das denn ich habe gerade welche ausgehen das heißt ja nicht dank ok demokratisch über flagge machen eine mission das kacke mit ihnen medaillen wir brauchen das stoff wir brauchen die proben ja dann nicht irgendwie einsteigen jetzt hierbei oder private so nicht ich weiß nicht mehr wie soll ich nehme an ich habe das mal irgendwann gemacht aber ich weiß nicht mehr wie 50.000 credits ok ich glaube du bist weg ich glaube er ist weg jetzt schaue ich mir einfach nur die da sind wir drinnen leute genau da ist einer von uns wieder weg nur wer ist es ich bin weg nein diesmal bin ich weg mein internet ist weg kein wunder ok er sollte aber gleich wieder da sein ja auf jeden fall sind doch jedes jahr immer irgendwie da bewahren sind wir haben sind wir immer direkt vor den dingern jetzt in letzter ich habe meine bombe fallen lassen dass ich gestorben mit einem laufweg da ich wollte sie zu den nestern werfen aber dann bin ich gestorben ich weiß was mein nekomancer in diablo aber trotzdem so geht das nicht weiter ich weiß was mein nekomancer ja die dinge sind auch direkt hier die kommen jetzt die ganze zeit wahrscheinlich ja ich weiß ich bin stürmer ich wollte eigentlich eine bombe da reinwerfen aber da hat ja nicht funktioniert ich bin jetzt auto das ist ja ein ganz toller start das dauert ewig wenn wir dann auf die art und weise versuchen da das scheiße ja bei so einem stadt brauchen wir sowieso nicht also wollte ich noch wüsste mein patrioten anzug die haketen davon also habe ich mich mal ganz kurz rein nicht mal lange Ja, danke, Daniel Well, I thought you come on spawn I didn't think I'm Yeah, we'll see Ja, ich konnte keine Spritze nehmen aus irgendeinem Grund Ich wurde von den Spuckern angegriffen und von allem anderen Ich habe ja noch nicht mal meine Waffen gespawnt, ey Oh mein Gott Ja, genau die Ich weiß zwar nicht, warum ich meine Spritze nicht nehmen konnte, aber... Da hinten, glaube ich, sehe ich einen Pilz da Siehst du den da hinten? Da wo die andere Seite Ja, genau da Ja, wo die grüne Nebelbank da ist Genau, äh Oh mein Gott 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 Ich würde jetzt ja noch meine Waffen rufen Fuckin, ja, ey Oh mein Gott Ja Ja Ich habe Richtung Pilz Ja, ich komme hinterher Ich habe hier gar keine Gegner bei mir Aber da ist noch was anderes, was man abgeschneiden kann Ja 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 Hier finden wir er wollte ich alles nicht wie auch... Das ist schnell nachladen 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 diese wieso bin ich namentlich er hat mich tot mit säure was für eine säure hier wir haben die hauptstorie ob ich direkt reingelandet in die fette war ein nicht mit sohn stadt wir haben von diesem blauen ding an Verstärkung! ok wenn wir mal richtung haupt mission das ist ein stürmer ist klar drei leben beide missions ziele ich weiß deswegen greife ich nicht an wenn ich mich nicht angreifen ich habe ihn gesehen er hat mich gesehen wir haben uns beide gesehen und damit ich auch verabgaben so nein das richtige ding ja wo ist die blöde flagge die klagen Oh Oh mein Gott direkt vorweg gelandet ich habe meine hand ausgestreckt weil ich das e-mode gemacht habe die vorratsdinger sind genau jetzt genau ein zentimeter vor mir gelandet oh mein gott ich würde sagen mein geschützt bitte marina demokratie da wird sie keine vorräte noch mal sehen stein weiter bei genau die gleichen sätze ja ablassen wir haben keine zeit mehr für sowas dabei schon direkt links rufen naja wir schon gewundert mann ich habe keine kids gekriegt ach ach so ja wir müssen jetzt mal sporten diese stadt und sind unser störber warum haben wir noch nicht ist er kein stein er muss ja irgendwo hier ist ein dieser stein hätten kommen vergegner auf uns zu fahrrad von der flagge ich glaube schon das ist wie ein angriff auf die demokratie selbst dass wir seine zähne in one piece auf wenig lobby hat etwa ein krieg gegen die ganze welt anzeigen es beginnt das große suchen ich bin gerade da oben auf dem müde gewesen habe ich aber auch nichts gesehen aber noch viele gegner hier 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 irgendwann ist ja radar station Evakuierung verfügbar. Ich bin am Turbinex. Da ist es hier, Daniel. Fehler. Ich habe ein bisschen Luftunterstützung. Ich glaube, der ist auch schon tot. Wow. Ja, das ist auch voll wenig. Ich glaube, ich habe einen Stein da gefunden. Ja, gut, es kommt. Markiere Position, östlich. Geh doch mal drauf, lass mich in Ruhe. Nein. Der Stimme hat mich nicht in Ruhe gelassen. Nein, ich habe sie. Äh. Ich freue mich nicht, wo du gestorben bist. Heute ist der Stimme. Hätte längst drauf zu gehen müssen. Anfrage bestätigt. Verstaffung im Mannmarsch. Gut. Hilda, da bin ich in Körner. Sorry. Sagt sind nur gerade aus, glaube ich. Ja, da will ich auch hin. Der Stürmer. Der ist verblutet. Na ja, ich habe noch was. Nein, ich wollte es. Hätte ich auch nicht. Hörle. Hörle. Also neue Sachen. Ja, ich habe meine Sachen. Gehen wir. müssen wir wieder lang oder nicht mehr zurück aber wir sollen ich habe spieler der spritze die machen wir nicht irgendwie dafür sind wir in ihrer karte dann müssen wir ich habe doch ein ja ich glaube nicht dass ich dem entkommen kann ich habe ja mal gefixt hat die ein und endlich verfolgen ich habe noch mehr leute auf das spiel zu spielen ich habe keine motion sondern auch ich machen ich bin euer beschützt irgendwie geht mein ding nicht drauf obwohl die ganze zeit mit den tentakel draufhauen ich bringe die proben sicher nach hause ich kann nicht schneller ich kann sich heraus ist okay irgendwie glaube ich die verfolgen hat immer noch den ganzen weg aber kommt der letzte knapp okay wir müssen jetzt nur überleben die paar dinger warum war nicht warum landen wir in soweit weg ja das schafft man nicht ein tag warum verfolgen die uns soweit ich glaube ich aber jetzt kommt die verstärkung da hat mich da rein das ist ein neuer fehler hervorragend evakuierung wirklich sobald ihr bereit seid das möchte ich den ganzen mit rumlaufen wir ans terminal zu kommen ich habe noch mal neu aktiviert war hier sind wir mal diese spucker und da ist ein links ich habe gerade angesorgen der fehler den finde ich noch nicht in ruhe jetzt habe ich wieder meine ganzen waffen verloren die sind damals der welt ist da kann ich nicht hin oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott ja das habe ich gemerkt äh bei mir werde mal alle dinge angezeigt ja ich habe ja ich habe ja ich habe ja alles kaputt gehabt aber ich habe nichts gekriegt wohl sagt er war ich nicht schon wieder sind schade das hat er der tolle meiger kann man auf den seitwärts laufen die explosion ist klar dabei sind die entdecken nur so einfach doch du gesagt andauern die sind von einfach zu kehren ja im vergleich individuell ja ja wir haben ein paar mal es wird jetzt eine roboter mit dem schild gewesen wäre der doch einen sofort weggeballert also also ich persönlich habe für ihr abgeschossen ist eine abgeschlossene ding so kann ich mir noch holen gar nichts ne ich weiß nicht ich die über krebs ich war 50 ich habe nur 32 heißt zu wenig ja gut ja gut Vielen Dank.